Verhandlungen finden nicht auf Augenhöhe statt. Ja, das ist richtig. Es wird ja auch nicht verhandelt richtig. Es wird diktiert. Also, aber ihr seid ja selbstständig, ihr könnt selbst verhandeln. Ihr seid die, die sagen, ja, ich kann das selber. Ich mache das besser. Ich gehe in den Wettgewerb. Ich gehe auf gleiche Augenhöhe mit dem Auftraggeber. Und ich zeige ihm, was für eine gute Leistung ich habe. Und ich will dafür fair entlohnt werden. Und dann ist es halt blöd, wenn einer sagt, naja, wir zahlen Mindesttarif. Und dann kommt das Argument, wir zahlen allen hier den Mindesttarif. Ja gut. Habt ihr schon mal rumgerufen? Habt ihr die schon mal gefragt, die alle, was die so kriegen? Macht das mal. Es hat mir einen Griff an und es sich w addicted Ça weird nothing for. Und dann ist es dann auch schon mal da ist das Schreie. Dann showsgate ambiguous nur wie ein Kling grünen. Vielen Dank.